wer das bullet journal von den ganzen subs bekommt also im endeffekt wird es wie eine art sabbaton laufen oh gott stimmt nächsten monat ist er sabbat subtember oh gott ich habe angst ich habe angst ich habe sehr viel angst hier wird die schon eskalieren und ich sehe schon dass ich sehr viele leute aufschreiben muss weil ich kann mir das doch immer alles nicht merken ja ja du mit deinem dengelsgesicht machst du dir dein frühstück schatz ja ich mag den hund auch aber du machst jetzt frühstück ist aber wie wird paypal passwort geändert oha wieso das denn ist ja etwas zu viel cool ausgegeben oder hat da irgendjemand was abgezogen was da nicht sein sollte weniger eskalation auf twitch mehr sparen für wohnungen und auto oha das hier was vor dann drücke ich ganz fest die daumen dass da alles glatt läuft was ist mein schatz nein schatz zucker macht deine lungen besser wollen weil autodienst zack in die werkstatt muss uuuh ok ja ok gott komm du jetzt gerade auf unfug hör auf daumen sind gedrückt dass er nicht so viel gemacht werden muss kaufeln gehst du bitte und machst dir dein frühstück und drücke ich mal die daumen dass das nicht ganz so teuer wird man 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 da wird aber mit einem auto auch immer ganz schön hart schon ich hab gestern total vergessen mein mikrofon wieder anzubauen mach dir dein frühstück du bist am husten wie ein blöder da ist die halbe nacht durchgehustet war jetzt der zweite werkstatt besuch überhaupt der erste war freiwillig weil ich im urlaub keine probleme haben wollte ja okay gut und jetzt gerade ist wieso ist das so laut okay das ist noch in den ohren so laut sollte es nicht so laut sein ja wie denn auch ich habe die verständnis versteckt ich habe jetzt gerade blieb lampe im augen angeblich darf ich noch fahren aber fahre bis dienstag mit bus zur arbeit sicher sicher ja stimmt das stimmt und roll leuchte die blinkt es immer ja 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 ja